Die Zeppelin-Schlacht ist momentan einer der meistgespielten und besten Team-Desmatch-Maps in Fortnite. Denn dort gibt es einfach diese bewegenden Zeppeline, wo ihr draufgehen könnt, um eure Feinde zu eliminieren. Außerdem könnt ihr euch auf diese fahrenden Flächen stellen oder Jump-Pads benutzen, um auf die Seite der Gegner zu kommen. Und falls ihr die Map auch mal spielen möchtet, hier ist der Map-Code.